Information im Hauptdisplay ein- und ausblenden Je nach Präferenz können zusätzlich der Verlauf der Luftleckage und zwei benutzerdefinierte Fluidparameter auf dem Hauptdisplay angezeigt werden. Um das Hauptdisplay anzupassen, versetzen Sie Topaz Plus in den Standby-Modus und drücken Sie die Menü-Taste. Im Einstellmenü benutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschten Einstellungen hervorzuheben und drücken Sie OK, um sie auszuwählen. Wählen Sie zuerst den gewünschten Flüssigkeitsparameter 1 und drücken Sie OK zur Bestätigung. Dann wählen Sie den gewünschten Flüssigkeitsparameter 2 und bestätigen Sie mit OK. Um den Verlauf der Luftleckage ein- oder auszublenden, verfahren Sie genauso. Zurück zum Hauptmenü gelangen Sie über die Home-Taste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020